Hallo Freunde, Willkommen zurück. Hallo. Hallöchen Isi. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Ich weiß nicht, der schönste ist, aber du hast ein Chibi. Ja. Ich bin nach dem, nach den Aufnahmen nochmal hingeflogen. Ich habe meine Leiche nicht gefunden bzw. ich habe auch keine Tasche gefunden. Nee. Ist irgendwie fies. Wochenende kriege ich eine Tasche, die ich ohne dich gar nicht gesehen hätte. Ich habe die Levelpunkte gekriegt. Das heißt, Isi Krieg. Ihr Kochzeug. So. Dann kannst du mir wenigstens mal... Ja, ich habe deine Klamotten schon, also dein Skin schon einstecken. Musst du nur noch einfärben. So. Okay. Dankeschön. Normalerweise müsste alles funktionieren. Ja. Ich muss nur Autopraften ausschalten als erstes. Ja, ja. Ich mache noch hier ein paar Mats. So. Wie viel war ich bei der Decke? 29. Das heißt, 55 brauche ich noch. Ja. Gleich, wenn ich mich umgezogen habe, wollen wir mal die Kralle für Beta besorgen, ne? Ja. Wir brauchen noch... Warte mal, von der Gift brauchen wir noch sieben und von den anderen beiden jeweils drei. Also einige. Ja. Schauen wir mal, was Ack uns da zur Verfügung stellt. Und wir werden diesmal mit der Weiber machen. Ja. Das heißt, wir werden versuchen, die am Lim zu lassen und gucken, dass wir vielleicht mal die ein bisschen Milch einsammeln. Ja, ich bin gerade gestorben. Da gab es wieder so eine Standard-Tastverwechslung bei mir, ne? Ja, Polymer. Bumm, wache tot. Bumm, wache tot. Ja. Ihr sollt auf keinen Fall Polymer... Ne, ist nicht gesund. Kein Polymer probieren. Das geht in die Hose. Ein Weibern war schon ausgebrütet, ne? Mhm. Der steht im Hof und wächst. So bist du da drüben. Ich bin fertig mit deinem... Ja, ich bin auch fertig mit der Decke. Und zwar... Okay, gib mir mal jetzt noch. Dass ich mal wieder ein bisschen... Oh, ich habe dir eine Farbe mit ausgesehen. Das ist verrutscht. Ich gebe dir die Farbe wieder. Ist klar. Jo. Stiefel, Mütze... Die Mütze hat es da aber immer draußen, ne? Ja, ja. Ich mache mich wieder... Nur mit dem Guillem wollte ich ja nicht rumlatschen. Da ist der alte Smoothie wieder. So. Ah. Da ist der. Lila. 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 Pink. Und gelb. So, dann lass uns mal... ...mal die Schlucht unsicher machen. Bisschen... 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 Dings mitnehmen. Was denn? Heiltrank. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Bisschen... 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 So eine Pinke? Ne. Aber auch sonst finde ich die super. Gerade wenn man mal schnell von A nach B ist... Ja. ...möchte, dann sind die unschlagbar. Ja. Ich weiß doch die erste Map mit Weiber. Ich bin da gar nicht klargekommen. So ein Vieh will doch noch keinen Arm. Das ist doch... Man kann nicht damit fliegen. So, und wenn wir diese Krallen zusammen haben... In der Zwischenzeit baust du das Türmchen noch ein bisschen weiter, ne? Mhm. Dann geht's zum nächsten. Das heißt, die Karte wird bald zu Ende gehen. Ja. Es gibt echt nichts mehr zu tun. Sie ist ja auch nicht besonders groß. Das heißt, dadurch, dass die neue Karten erst Anfang Juni... Mhm. Also geplant ist der dritte. Nein, die erste ist hier draußen. Wie wenn... Was? Ach nee, das warst du, die da gelandet ist, dachte. Wie wenn... Ne... Ne Mod-Karte wollen wir noch ein bisschen spielen. So anspielen. Anspielen. Bis die nächste Karte rauskommt, die nächste offizielle. Ja. Und ihr könnt gerne die Karte aussuchen. Ja. Welche ist uns egal. Vorklar haben wir schon. Das Spiel. Das ist schon eine Staffel. Und schreibt doch mal, welche ihr da gerne sehen wollt. Mhm. Da unten ist eine. Bist du da? Ja, ne? So, pass auf jetzt. Feuer gegen Feuer. Garantiert. Fertig. So, und jetzt sollten wir... Äh, ist der noch da? Aufgegessen vielleicht? Also ich hab nicht... Ich hab nicht gebissen. Ich hab's äh... aufgefressen. Alles klar. Nächste. Stand in den Kommis. Danke dafür nochmal, dass wir die Feuer... Also die Weiber nicht abbeißen sollen. runterfallen lassen und die Milch rausnehmen. Das versuchen wir jetzt mal. Savant verlässt du deine? Ist tot, fällt runter. So. Muss man nur gucken, ob das ein Weibchen ist. Ich geh mal gucken. Mhm. Äh, gibt's dir nochmal Deckung? Ja, ja. Ah, die ist tot. Inventar aufmachen. Ja gut, das ist eine Giftkralle. Obwohl, das war ein Weibchen. Ist ein Weib... Ja, dann haben die... Dann ist das so, dass das äh... nur die Betäubten geben. Aber wir versuchen es bei der nächsten nochmal. Vielleicht äh... Hast du... Ja, komm. So. Die Giftkralle habe ich. Ich hab gar keine Kralle. Obwohl ich die erste... Ja, dann... Die erste hat noch eine Tasche irgendwo liegen. Der nächste fällt runter. Der nächste fällt runter. Wow. Hier oben. Ah, bisschen schwierig hier landen. Okay, ich hab's geschafft. Nicht runterfallen. Doch. Okay. Oh, ich bin nur... Aber wie kommst du jetzt? Ja, du hast mich äh... Blöderweise... Geschubst? Ja. Weil, wenn du absteigst, du bleibst... Warum steigst du denn? Na, ich will in die Weibchen reingucken. Nee. Normalerweise bleibst du immer auf dem Hals stehen. Ja, äh... Jetzt fahre ich auch noch runter hier. Was ist das für ein Buggy-Ding? Mach die Tasche auf. Ich komm doch nicht dran. Keine Milch. Nur die Kralle. Nur die Kralle. Aber das ist aber ein Männchen. Ach so. Ja, ist klar. Warte mal, die muss ich abbauen, sonst komme ich hier nicht dran vorbei. Ja, ich hab kein Kryopot um die. Oh, ist das ein Mist hier. Jetzt habe ich ja wieder was eingebrockt. So. Äh... Was machen wir? Runterfallen? Äh... Und die hinterher? Pfeifen? Ich pfeife auf alle Folgen. Ja. Und dann? Irgendwie kontrolliert abstürzen? Ich hüpfe... Ich hüpfe... Ich hüpfe... Äh... Ich hüpfe... Äh... Ich hüpfe... Eisblöcke für... Äh... Eisblöcke... Kristall, Kristall runter. Ah, gut. Das sind wir getan. Vielleicht schaffe ich's. Ich bin auf meiner Weibern gelandet. Die hat mich abgefangen. Ich bin unten. Drei viertel Leben verloren? Ja. Ich hab ein halbes Leben verloren. Äh... Ich dachte, du bist auf dein Weibern gelandet. Ne, auf dem Flügel. Nicht auf dem... Ja, da unten erstmal. Ja, ja. Warte. Alle anhalten. Folgen mal landen. Ja. Äh... Ah, jetzt macht's es. Ich bin mit da drauf. So, äh... Dann mach du mal den Platz frei. Flieg mal hoch. Ach, der... folgt mir noch. Komm. Zieh mal runter. So. Die sind wieder statt, oder? Ach so, warte mal eben. Ich wollte mal gucken, bei dem ersten, ob da irgendwo eine Tasche rumnimmt. Gut, ich hoffe mich hier hin. Es ist schon... Obwohl... Wo soll denn sein? Also wenn mich jetzt eine... eine Giftweiber anspuckt, ne? Hm. Ich komm zu dir. Da war auch wieder eins. Da muss man besser aufpassen. Muss man dann sofort gucken, dass man den... das Inventar packen. Wieso kann ich nicht hin... Ach, nicht so. Da ist der nächste Kollege. Also einmalig schon ziemlich tödlich, ne? Okay. So. Ach, Wusch. Den hole ich mir nicht. Habe ich die Kralle? Nein. So, dass du den nicht abgebaut hast. Da ist die Tasche. Mann. Okay. Versuchst du es zuerst? Ja. Weil für uns beide ist kein Platz. Schwierig, ne? Ach. Schwierig, ne? Da kannst du immer und überall genau da landen. Okay. Viel Glück. Das war ein 140er Gift. Du mal die Waffe weg. Du mal die Waffe weg. wir sind ja schon hinten nein ach nee da war die brücke genau wir sind sonst nie drunter geflogen ich sehe momentan kein also auf dem alten spiel ist man viel schneller auch ein bisschen hübsch auch wirklich günstig danke jetzt kann ich nicht abspringen das ist ein mädchen mädchen eine kralle sonst nix und noch ein gift das ist gut ja wir brauchen zwar den milch nicht aber wir wollten mal gucken was ist in die kommentare aber meine kenntnis war die müssen betäubt werden ja meine ja auch so hier sind wir am ende gut damit er zurück und gucken wer wieder da ist weißt du was mir auffällt seit ich gesagt habe ich möchte gerne tapetschach aber es ist ein sturm ziehen ist kein einziger sandsturm mehr aufgefallen jetzt wo du sagst kein einziger also bis wir diese krallen zusammen haben müssen wir wohl einige runden hier drehen ne ja hallo blitzdings auch verbrennt dich dein zugel immer ne ständig auch ich geh trocken vielleicht der dreht sich nicht aber man hat halt keinen wettbekreis ne oah passt auf so eine ausdauer das wo es nicht ins lava fällt ne ja So wie er jetzt? Ach nee. Also meine Waren hat das halbe Leben weg. Ja, du hast mächtig angesteckt jetzt gerade. So, wenn wir jetzt trotzdem abbauen, das ist ein neues Korn. Aber halbe Leben ist immer noch so viel wie die, die rumfliegen. Ich meine, ich hätte noch eins gesehen. Mindestens eins. Das war's. Level 1. Ach Gottchen. Habe ich doch richtig gesehen. Ich war mir nicht sicher. So ist deins, ne? Okay, eine Kralle. Fast nicht gesehen. Okay, eine Blitz. Oh, zwei Stück. Und ein Gift. Bin ich in die falsche Richtung geflogen? Nee, darf ich nicht. Alles. Weg. Gift ist runtergefallen. Die auch. Ach, die sind beide zusammen. Die will hier nicht landen. Warte, 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 geh, 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 geh weg. Das ist der Gift. Wo muss der andere? Wo muss der andere? Wo muss der andere? Das blitzt. So, äh, du folgst mir, bitte. Du musst jetzt einen Weg nach unten finden. Hast du ein Kilo dabei? Hier ist ganz viel Metall. Hab ich nicht. So, jetzt muss er landen. Ich setze sie sich irgendwo oben hin. Shit, der ist drüben. Jetzt bleibt ihr über dem Lava, ne? Mhm. Müsst ihr nochmal einen Pfeifen. Mein Gott, sind das die Sture-Fücher. Also es macht schon Spaß mit dem, aber mit dem Agis ist doch schon Ist anders, ne? Ist ganz angenehmer. Ein Stück einfacher. So, und jetzt lande. Ich mach Platz hier, damit der Landeplatz findet. Aber so landen, dass ich irgendwo dran komme, ne? Dank. Das sieht gut aus. So, wir sind einmal hin und zurück geflogen. Mhm. Lass uns mal hier so ein kleines Bestandsaufnahmen machen. Es reicht noch nicht. Ich hab drei Gift und zwei Blitz. Ich hab von jedem eine. Das dauert. Ja. Du kriegst mal Level Pünktchen. Mal da. Mal da. Mal da. Mach mal kurz. Guck mal die Arena. Geh die diese Arena mal hier angucken. Ich bin grad gelevelt. Ich kann mir meinen Ofen jetzt selber bauen. Schön. Dann rass ich den ab. Ist klar. Guck mal, das ist sogar mit Siedlung, ne? Hier hat man den Antikor gekämpft. Die Bedeutung von dem Ding hier weiß ich nicht. Kann man da durchfutschen? Ne, zum Glück. Ich weiß hier, es gab die Blutkiste. Ich such die schon, ich weiß nämlich auch, dass es eine gab. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, wenn ich die Begründung bekam, wenn ich die Begründung bekam. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, wenn ich die Begründung bekam. Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann man deren Rüstung nicht klauen? Oh, was ist das? Große Krieger. Aha. Dann ist sie ein bisschen kleiner als meine. Schon interessant, die Bude hier. Hier unten ist dann nichts weiter? Ne, glaube ich nicht. Ist einfach nur so ein kleines Dörfchen. Wo die ganze... Wenn hier eine Wasserquelle gehen würde, ne? Mhm. Könnte man hier mega gut bauen, wenn man es darf. Siehst du hier oben der Mantikor? Ja. Na gut, Freunde. Wir werden eben nach Hause fliegen, gucken, wie der Kleine sich entwickelt. Also ich finde hier keine weitere Kiste, die müsste man echt gründlich suchen. Ja, deswegen bin ich schon ein bisschen, ja... Mal so... Ein bisschen Blitzdings. Die sparen noch aus Verzweiflung mal so eine kleine Tiefflut über den Roten Ark. Ja, weil ihr mobiler den Motorrad même macht die Reihe an. Wir dürfen das Laure amis Dziendowns fangen. Der ist nicht Also da muss man noch einige Male da reinfliegen, um die ganze... Ja, das müssen wir. Aber das mache ich dann mit dem Akutaris. Ja. Ach nee, ich brauche nicht runter. Du hattest aber gar nichts, krallmäßig. So, ich... Wir machen hier einen kleinen Cut, glaube ich. Äh, wir besorgen noch ein paar Krallen. Ja. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.